So, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen hier heute in dem Robert-Bosch-Saal der VHS Stuttgart. Vielen Dank auch für die Einladung. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich habe Informatik studiert in den 90er Jahren, habe mich da auch schon mit neuronalen Algorithmen und solchen Themen beschäftigt und es war damals eher so eine Wissenschaft, die so ein bisschen in so einer Nische war, wo alle so ein bisschen drüber gelächelt haben. Heute haben wir die Situation, dass das Thema KI wirklich in aller Munde ist. Ich hatte es vorhin Frau Brot-Geiger schon gesagt, ich hatte noch eine alternative Einladung heute an der TU Darmstadt, auch zum gleichen Thema, die jetzt wirklich parallel stattfindet. Und wenn Sie sich mal anschauen, was in der Republik gerade läuft, diese Veranstaltungen in dieser Art sind sehr häufig, weil das Thema KI jetzt alle irgendwo interessiert, bis auf die Fachebene, was heißt das für die einzelnen Firmen und Personen. Ich habe hier einfach mal so ein paar Schlagwörter, die wir heute auch nicht alle erklären, aber wenn Sie halt sehen, das ist ein sehr umfassendes Thema. Ich habe in dem Vortrag jetzt versucht, es so einfach wie möglich zu machen, dass auch Leute ohne Vorkenntnisse der künstlichen Intelligenz oder auch Leute, die keine Informatik studiert haben, so wie ich, verstehen können, was steckt eigentlich hinter der KI und wie kann es weitergehen. Was ist denn eigentlich die KI? Und da geht es los mit der Definition, also wo zum Beispiel der Bitkom, also der Verband der IT-Industrie und das Deutsche Forschungszentrum einfach sagen, das geht hier um menschenähnliche, intelligente Verhaltensweisen, die genutzt werden sollen. Das Spektrum der Wissenschaft spricht davon, es ist ein Teilgebiet der Informatik und da geht es halt sehr stark darum, intelligentes, menschliches Verhalten irgendwo zu analysieren, zu befassen, zu verarbeiten. Die Microsoft-Organisation, also einer der großen Big Player im Silicon Valley oder im erweiterten Silicon Valley, sagt, es geht hier darum, die menschlichen Fähigkeiten im Sehen, Hören, Analysieren und Entscheiden und Handeln zu ergänzen und zu stärken. Und hier ist, glaube ich, einfach mal zu sehen, es soll nicht den Mensch ersetzen, sondern es soll ergänzt und gestärkt werden. Das ist die Vision von einem der ganz großen Player in dem Markt. Und das Europäische Parlament, das sich auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, sagt, also künstliche Intelligenz, ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. Da werde ich gleich noch ein bisschen drauf kommen, ob das näher an der Realität ist, als das, was die Microsoft Corporation sagt. Meiner Ansicht nach sind das aber Beschreibungen, die zeigen, es gibt keine eineindeutige Beschreibung des Themas künstliche Intelligenz. Alles, was hier steht, ist irgendwo richtig, ist aber auch an der einen oder anderen Stelle etwas unscharf. Jetzt kommt natürlich häufig die Frage, die mir auch gestellt wird, künstliche Intelligenz, das ist ja wieder so ein neues Thema jetzt, was gerade aufgekommen ist, wo jetzt alle hinterherlaufen, wo sich alle mit beschäftigen. Und da kann man sagen, nein, das ist nicht so. Die künstliche Intelligenz, der Begriff, oder der englische Begriff Artificial Intelligence, ist 1956 geprägt worden. Von diesen zehn Wissenschaftlern, die sich in den USA, in der Stadt Hannover, in New Hampshire getroffen haben und gesagt haben, wir machen ein Sommerworkshop, ein Symposium zum Thema künstliche Intelligenz. Der Begriff kommt von John McCarthy, der ganz oben links steht. Vorarbeiten sind allerdings schon in den Jahren davor gemacht worden. Zum Beispiel von Alan Turing, dem englischen Informatiker, der schon 1950 gesagt hat, können Maschinen wie Computer eigentlich auch denken können. Das ist sehr erstaunlich, weil der erste Computer von Konrad Zuse 1941 funktionsfähig war und 1950 hat man sich schon Gedanken gemacht, können diese Maschinen eigentlich irgendwann auch denken. Die Anwendungsgebiete kennen Sie wahrscheinlich teilweise. Ich habe hier einfach nur mal ein paar Beispiele, zum Beispiel in der Medizin. Wenn Sie heute eine Hautanalyse machen, wird das schon sehr stark mit künstlicher Intelligenz unterstützt. Also wenn Sie zu Hautärzten gehen oder irgendwelche Tools aus dem Internet nutzen, dann machen Sie ein Foto von der Hautstelle und das wird verglichen mit Millionen oder teilweise hunderten Millionen von Daten, die dem Netzwerk vorliegen. Und dann wird verglichen, ist diese Symptomatik, die bei mir vorliegt, hat es die schon mal irgendwo gegeben? Und wenn ja, was ist bei den Untersuchungen rausgekommen? Und dann gibt es Handlungsempfehlungen. Das ist meiner Ansicht nach keine Möglichkeit, eine Entscheidung eines Arztes wegzunehmen, aber es ist natürlich eine sehr starke Unterstützung des Arztes, weil man auf Wissen aus der ganzen Welt hier auch zurückgreifen kann. Strategiespiele ist ja für uns eigentlich immer so ein bisschen das Nonplusultra der hohen Intelligenz gewesen. Schachweltmeister. Ich kann mich noch erinnern, 70er, 80er, 90er Jahre war das immer ein Thema in den Medien, Kasparos und so weiter. Das war eigentlich so die höchste Intelligenz. Die Welt Schach wird inzwischen von der künstlichen Intelligenz komplett ausgeschaltet, also dominiert. Seit mehr als zehn Jahren ist die künstliche Intelligenz in der Lage, jeden Schachweltmeister zu schlagen. Schwieriger war das bei dem Spiel Go, was wir jetzt hier auf dem Foto sehen. Das ist ja ein 2500 Jahre altes Strategiespiel, was aus dem asiatischen Bereich kommt, was viel komplexer als Schach ist. Und da hat es jetzt bis vor wenigen Jahren gedauert, bis die künstliche Intelligenz das erste Mal die absoluten Topspieler schlagen konnte. Und inzwischen ist es so, also es gibt jetzt Wettbewerbe, wo von fünf Spielen fünfmal die künstliche Intelligenz gewinnt. Und also wirklich diese Intelligenzstufe bei solchen Strategiespielen inzwischen so ist, dass die Maschine da nicht mehr besiegbar ist eigentlich. Wenn Sie in die Kunst gucken oder in die künstlerische Gestaltung, wenn Sie gerade in das Programmheft der VHS hier aktuell gucken und anscheinend haben Sie da reingeschaut, weil Sie sind alle hier, das Titelbild, und das wird auch von Frau Mika Schkötner im Vorwort genannt, ist auch mit künstlicher Intelligenz entwickelt worden. Also es geht halt nicht nur um Text und Strategie, sondern es geht halt auch um bildliche Gestaltung und Analyse. Und das kann hier auch genutzt werden. Und hier hat man mit verschiedenen künstlichen Intelligenztools gearbeitet, um dieses Titelbild hier zu generieren. Und dann das Thema Verkehr. Da ist halt sehr spannend, dass wenn Sie heute sehen, Sie haben ja bei modernen Autos sehr viel Unterstützung beim Fahren, also Spurhalteassistent, Abstandsradar und solche Dinge. Und die nächste Stufe ist ja das autonome oder semi-autonome Fahrzeug. Dazu muss aber eine Technologie in der Lage sein zu erkennen, was ist auf der Straße gerade los. Also da muss man halt, wo habe ich es jetzt da, da muss man halt sehen können, was ist jetzt ein Fahrzeug, was ist ein Fahrrad, was ist ein Fußgänger, was ist ein rollender Ball, was ist ein Ast, was sind Blätter, die auf der Straße sind und so weiter. Und das muss automatisiert erkannt werden, innerhalb kürzester Zeit verarbeitet werden und dem Fahrzeug sagen, ist es eine gefährliche Situation, ja oder nein, muss man ausweichen, abbremsen oder was auch immer tun. Und das ist heute eben auch was, was sehr stark in der Nutzung ist von der künstlichen Intelligenz und meiner Ansicht nach jetzt in den nächsten Jahren nochmal einen deutlichen Schub geben wird, was das semi-autonome Fahren angeht. Aber ich kann es auch privat nutzen und vielleicht sitzen hier viele im Raum, die das privat schon längst nutzen. Gibt es Schlagworte wie Alexa oder beim Mobiltelefon Siri. Auch da ist künstliche Intelligenz im Hintergrund und da wird natürlich von der künstlichen Intelligenz sehr viel die natürliche Sprache genutzt, also dass man Sprach mit der künstlichen Intelligenz wirklich sprechen kann, so wie ich mit einem Menschen spreche oder wie Sie es auf der rechten Seite sehen, dann der Chatbot von der Telekom fragt Magenta, Sie gehen ins Internet und sagen, ich habe hier irgendwie ein Problem oder ich habe eine Anfrage zu meinem Vertrag. Dann können Sie da was eintippen und sagen, ich möchte mehr zu meinem Vertrag wissen und dann ist das wie ein Chat, den Sie mit einem Menschen austauschen, wird Ihnen diese künstliche Intelligenz bis zu einem gewissen Punkt weiterhelfen und dann vielleicht an jemanden übergeben oder Ihnen sofort einen Vorschlag machen, wenn dein Internet zu langsam ist, kauf dir doch ein Upgrade auf deinen Vertrag oder so und das passiert vollautomatisch, also ohne, dass irgendeine menschliche Interaktion dahinter ist. Ja, was kann denn die KI mehr als klassische Suchmaschinen? Das ist auch eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Ich habe mir letztens noch jemand wieder gesagt, also wenn ich irgendwas wissen muss, gehe ich zu Google und frage einfach mal und dann habe ich auch meistens Treffer. Ja, also ich habe dann zu sehr komplexen Fragen häufig Hunderttausende von Treffer und wenn ich dann durchschaue, finde ich raus, dass das nicht so passt. Ich habe hier einfach mal eine Aufgabe genommen, die ich tatsächlich in meiner Schulzeit, also ich hatte Leistungskurs französisch und da war die Aufgabe, vergleiche mal die Wirtschaftsstruktur Deutschlands mit der von Frankreich und dann bin ich damals in die Bibliothek gegangen und habe mich da tagelang eingearbeitet, habe das alles ausgearbeitet und so weiter und ich habe das jetzt einfach mal bei ChatGPT eingegeben, das ist eins der Tools, wo sie auch im Laufe des Nachmittags noch etwas tiefer reingehen und ich habe hier noch nicht mal die neueste Version genommen, sondern die Vorgängerversion und dann kommt innerhalb von drei Sekunden kommt die Ausgabe raus, wo drin steht, diese drei Themen, also ich habe es ja auf drei beschränkt hier, diese drei Themen, Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Arbeitsgesetze, Wirtschaftspolitik und Staatsausgaben sind unterschiedlich und wenn Sie jetzt hier bei Wirtschaftsstruktur gucken, sagt die, Deutschland hat eine stark exportorientierte Wirtschaft, insbesondere im Bereich Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie. Frankreich hingegen ist breiter aufgestellt und hat eine bedeutende Agrarindustrie sowie eine starke Luftfahrt- und Rüstungsindustrie. ChatGPT hätte mir 1986 mehrere Tage Arbeit gespart und ich hätte in drei Sekunden meine Hausaufgabe erledigt gehabt. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was heute in Schulen durchaus ein Diskussionspunkt ist und natürlich auch in der Arbeitswelt letztlich weitergeht. Kann ich das denn eigentlich auch kreativ nutzen? Kann ich auch sagen, ich will jetzt nicht einfach nur Analysen von irgendwelchen Texten haben, sondern kann ich auch irgendwie was wirklich so mal richtig künstlerisch angehen. Und da habe ich gesagt, hier zu ChatGPT, schreib doch mal ein Gedicht im Versmaß über die Stadt Stuttgart, hebe die wirtschaftliche Bedeutung hervor, beschränke dich auf zwei Verse und plopp, in zwei Sekunden ist das da, in Stuttgart, wo Wirtschaft blüht, Geschäfte und Ideen sprüht, Autos, Innovationen im Flug, hier gedeiht die wirtschaftliche Zug. In Fleiß und Technik wohnt ihr Ruhm, Stuttgart, Stadt des Vorschritts, im Nu, hier pulsieren Märkte im Takt, wo Zukunftsgedanken man nie verlacht. Gut, das ist jetzt nicht auf dem Level von Schillers Glocke, aber schneller hätte es, glaube ich, keiner hinbekommen, auch Schiller nicht. Das heißt, man kann mit dem Thema viel machen, man kann es auch kreativ nutzen, Sie sehen aber auch, es hat irgendwo Grenzen. Also es ist nicht in höchster Perfektion hier. Aber Sie können es halt auch wirklich privat für verschiedene Dinge nutzen, entweder für sich selbst oder wenn Sie irgendwas schreiben wollen oder einfach mal ein Geburtstagsständchen kreieren wollen, einfach mal ein paar Sekunden bei ChatGPT investieren und schon haben Sie die Lösung da. Warum wird denn jetzt, wenn das so leistungsfähig ist und schon seit 1956 da intensiv daran geforscht wird, warum wird das denn jetzt eigentlich erst jetzt richtig populär? Also das hätte doch eigentlich schon vor 10 oder 20 Jahren so sein können. Und die Gründe sind eigentlich in drei Punkten festzumachen im Informatikbereich. Das eine ist die Rechenleistung. Und wenn Sie die Grafik auf der rechten Seite hier sehen, da sehen Sie, also es geht hier um Teraflops, also das ist eine Billion Rechenoperationen pro Sekunde, die der Rechner machen kann. Und das sind die leistungsfähigsten Rechner dieser Zeit. Da sehen Sie, das war im Jahr 2001, hatten wir sieben Teraflops Leistungsfähigkeit. Heute haben wir 442.000 Teraflops Leistungsfähigkeit. Also das heißt, die Maschine, und wie gesagt, ein Teraflop sind eine Billion Rechenoperationen pro Sekunde. Und das schafft die Maschine heute 442.000 Mal. So, und Sie sehen hier, der große Kick kam in den 2010er Jahren. Das heißt, diese Rechenleistung ist mit ausschlaggebend dafür, dass so etwas wie ChatGPT, die KI an sich, auch in der ganzen Bildverarbeitung und so, überhaupt funktioniert heute. Vor 15 Jahren waren Rechner technisch nicht in der Lage, diese Leistungsfähigkeit abzubilden. Das Zweite ist die Datenverfügbarkeit. Also wenn ChatGPT hier Deutschland und Frankreich miteinander vergleichen soll, ein Gedicht über Stuttgart schreiben soll, dann muss es ja irgendwelche Daten haben, auf die es zurückgreift, mit der es das nutzen kann. Und hier haben Sie ein ähnliches Bild. Hier sehen Sie einmal das Datenvolumen, was elektronisch verfügbar ist. Und da sehen Sie, 2006 war das sehr rudimentär. Und auch hier ist in den 2010er Jahren plötzlich ein gigantisches Wachstum passiert. Das Gleiche in der Speicherkapazität, also das, was eine Maschine abspeichern kann. Also die Speicherkapazität, die wir heute zur Verfügung haben, war zu meinen Studienzeiten in der Informatik völlig undenkbar. Also ich glaube, wenn man das ausgesprochen hätte, damals über die Datenmengen, die wir heute ganz normal verarbeiten, wäre man für verrückt erklärt worden. Das war undenkbar, dass wir in diesen Bereich kommen. Und das Nächste, was auch immer noch wichtig ist, die häufigsten Datenfehler. Also Sie müssen natürlich auch Daten haben, die eine gewisse Qualität haben. Also wenn Sie Daten mit minderer Qualität in die KI geben, brauchen Sie nicht erwarten, dass die Ergebnisse gut werden. Das heißt, die Datenqualität ist einfach wesentlich. Und ich habe ja zum Beispiel einfach ein ganz simples Beispiel aus dem realen Leben. Ich bin bei einem Möbelhaus, bin ich offensichtlich dreimal registriert, zweimal unter meinem Namen und meiner Adresse doppelt. Das ist denen bisher noch nicht aufgefallen. Und einmal haben Sie noch einen Schreibfehler in meinem Namen drin. Also die gehen davon aus, Sie haben drei Kunden, in Wirklichkeit haben Sie einen. Und genauso ist das halt mit allen anderen Themen. Wenn ich in diese künstliche Intelligenz Daten reingebe, die schlecht sind oder nicht gut gesäubert sind, dann kriege ich natürlich auch keine saubere Qualität hinterher raus. Und das Dritte sind die Algorithmen. Und das ist jetzt vielleicht der Punkt, der ein bisschen schwerer zu verstehen ist. Deshalb habe ich es sehr simplifiziert und an einem sehr einfachen Beispiel festgemacht. Früher haben wir programmiert in einer Art, wie Sie das vielleicht bei einem Kochrezept kennen. Also da steht dann, wenn Sie die Eier in die Schüssel gegeben haben, dann rühren Sie bitte um. Wenn die Masse cremig ist, geben Sie bitte so und so viel Zucker hinzu. Wenn dann das, das und das. So ist auch programmiert worden. In dieser Analogie. Das ist heute anders bei dieser künstlichen Intelligenz. Da gibt es ein sogenanntes Machine Learning. Also das heißt, dass man die Synapsen des menschlichen Gehirns in Algorithmen abbildet und sagt, wir geben keine Daten und Regeln vor, sondern wir geben Daten und Antworten vor. Und das ist so ein bisschen in Analogie, wie ein Kleinkind lernt. Also Sie gehen ja auch nicht zu einem Zweijährigen hin und sagen, ich habe hier mal den Duden mit den Regeln und ich habe hier mal den Brockhaus mit dem Wissen und ich lege den jetzt mal in die Wiege und dann arbeite dich schon mal ein. Sondern Sie machen das ja anders. Sie zeigen dem Kind ja, das ist Mama, Papa, ist der Hase Willi, das ist ein Auto, das ist ein Bett, das ist ein Schrank und das Kind saugt das auf. Und genauso geht das bei der künstlichen Intelligenz. Bei dem ganz simplen Beispiel der Zahl 7, die kann ja unterschiedlich geschrieben werden. Also im deutschen Sprachraum schreibt man sie zum Beispiel anders handschriftlich als im US-Sprachraum. Dann gibt es auch noch mal ein bisschen kritzeligere Versionen davon, je nachdem, wie man das gemacht hat. Und ich sage, das alles hier soll die Zahl 7 sein. Das erkläre ich dem Algorithmus. Und dann stellt der Regeln auf intern und sagt, wenn sowas kommt, weiß ich ab sofort, das ist die 7. Das wird zum Beispiel in Algorithmen genutzt, um die Post automatisiert zu verteilen. Also Sie schreiben handschriftlich eine Postleitzahl auf den Briefumschlag und da ist eine künstliche Intelligenz bei der deutschen Post DAL, die automatisch durchscannt und sieht, das ist jetzt die 70771 oder was und das muss dann halt nach Leinfelden oder nach Stuttgart oder irgendwo anders hin. Und das ist halt durch künstliche Intelligenz möglich, dass Sie diese Zahlen jetzt automatisiert erkennen. Aber wie sieht jetzt diese Regel genau aus? Das ist ja für uns nicht so sichtbar. Also jetzt weiß die Maschine das, aber wie entscheidet die jetzt, dass das wirklich eine 7 ist und nicht eine etwas schlecht geschriebene 1? Das ist halt die große Frage. Deshalb auch, wie sicher ist die Regel und wer prüft diese Regeln überhaupt? Bei der deutschen Post DAL ist das natürlich ein internes Thema, aber wenn ich eine künstliche Intelligenz einsetze für andere Themen, gerade jetzt auch im Verkehrsbereich, was wir vorhin hatten, will ich natürlich schon wissen, wie kommt die künstliche Intelligenz da drauf, dass das, was vor mir ist, ein Fahrrad ist und das ein Fußgänger und das ein Laub auf der Straße. So und jetzt wird es ein klein wenig komplexer und ich habe das auch mal wieder an einem sehr simplen Beispiel klar gemacht. Es gibt sogenannte Clickworker und Content-Moderatoren, also Leute, die hingehen und diese KI trainieren. Also so wie sie ein Kleinkind trainieren und sagen, das ist ein Auto, das ist ein Schrank und so, gehen die hin und trainieren diese KI. Das kann mit Texten sein, mit Bildern. Ich habe hier mal ganz simpel Bilder genommen. Also da habe ich der KI jetzt gesagt, das obere ist ein Pferd. Ich habe der KI gesagt, das mittlere ist eine Kuh. So und jetzt passiert folgendes. Es kommt so ein Bild hier. Da wird die KI jetzt sagen, das ist mit 90%iger Wahrscheinlichkeit ein Pferd. Und dann muss der Clickworker sagen, nein, das ist eben kein Pferd, sondern wenn das so gestreift ist, dann ist das ein Zebra. So und somit lernt die KI immer weiter dazu. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie hier Clickworker kennen in dem Umfeld oder anscheinend nicht. Gibt es zum Beispiel eine Firma, clickworker.de in Deutschland, die sagen, wir haben mehr als 4,5 Millionen Clickworker in 136 Ländern dieser Erde. Da sehen Sie die Verteilung. Das ist natürlich nur eine Firma. Es gibt ja auch noch Google und es gibt noch viele andere und Freischaffende und so weiter. Und wenn alleine clickworker.de 4,5 Millionen Clickworker hat und alle anderen zusammengenommen, reden wir hier über hunderte von Millionen von Leuten, die diese unterschiedlichen KI-Tools trainieren. Und das sind eigentlich Minijobber. Die machen das häufig nebenher. Also das können Sie ja mit dem Smartphone machen, das können Sie irgendwo unterwegs machen. Nebenher können Sie sagen, diesen Samstag verdiene ich mir noch ein bisschen Geld dazu, also mache ich das. So, das heißt aber auch, wer reguliert, wer prüft eigentlich die Qualität von diesen Clickworkern? Weil es kann ja auch um religiöse Texte gehen, es kann um Texte gehen, die unsere Demokratie betreffen oder diese eben einschränken wollen. Es kann diskriminierende Texte geben. Wer prüft das eigentlich? Und da ist jetzt tatsächlich die EU-Kommission auf die Idee gekommen, wir machen einen AI-Act, also eine zu Deutsch KI-Verordnung. Da soll halt reguliert werden, wie diese künstliche Intelligenz gehandhabt werden soll. Das ist auch relativ umfassend. Und es ist tatsächlich weltweit die erste umfassende Regulation von KI, die da jetzt gerade runtergeschrieben wird. Sie wissen, nächstes Jahr sind Europawahlen. Bis zu den Europawahlen muss dieses Gesetz verabschiedet sein. Ansonsten muss es in der nächsten Legislaturperiode völlig neu verhandelt werden. So, und jetzt weiß ich nicht, jetzt gibt es Leute, die sagen, so eine Regulierung ist dringend notwendig, weil ansonsten ist ja totaler Wildwuchs, wenn hunderte von Millionen von Leuten da einfach die KI trainieren und ich gar nicht weiß, was da trainiert wurde, ist das gut, dass die EU das macht. Dann kommen aber auch drei Länder ins Spiel, die heißen Deutschland, Frankreich und Italien. Und das ist jetzt ein Presseartikel der letzten Woche, wo die sich querstellen und sagen, wir wollen diese Regulierung in dieser Schärfe nicht. Wir wollen eine verpflichtende Selbstregulierung durch einen Verhaltenskodex. Und wir haben auch keine Sanktionen geplant. So, also das scharfe Schwert der KI-Verordnung wird hier gerade deutlich abgeschwächt und ich war jetzt letzte Woche, ich bin auch im IHK-Ausschuss Digitalisierung in München und Oberbayern, da hatten wir eine Vertreterin aus dem Digitalministerium in Bayern, die jetzt gerade ja neu gewählt wurden und die sagte, es ist ein sehr ambivalentes Thema im Moment. Also die einen wollen halt eine stärkere Regulierung, damit man eben Missbrauch einschränkt. Die anderen sagen, das geht bei diesem Thema eigentlich gar nicht, weil das so groß und so umfassend ist, dass wir das eigentlich gar nicht hinbekommen und wir befürchten, dass wir hier überreguliert werden in Deutschland und die Firmen dann einfach ins Ausland abwandern und da eine KI entsteht, die wir dann auch wieder in Deutschland nutzen. Das ist glaube ich was, was im Laufe des Nachmittags an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch mal etwas tiefer beleuchtet werden kann, weil das ist definitiv ein Thema, wo man sehr unterschiedlicher Auffassung sein kann und selbst wenn man der Auffassung ist, dass eine Regulierung kommen soll, muss man sich die Frage stellen, wie soll das geschehen? Das ist eben bei der Dimension der Aufgabe nicht ganz einfach. Jetzt würde ich aber auch gerne noch mal auf die Grenzen kommen. Wenn wir uns jetzt ChatGTP angucken, der Begriff ist mehrfach gefallen, Sie werden heute Nachmittag noch mehr Gelegenheit haben, da tiefer einzusteigen. Wo kommt der Begriff her? Also das heißt Chat Generative Pre-Trained Transformer. Also Chat steht dafür, dass das mit Menschen kommunizieren kann. Also Sie können damit so mit Text, also einfach so schreiben und reden, wie Sie das üblicherweise gewohnt sind. Sie müssen jetzt nicht irgendwie in einer Computersprache sprechen. Generative heißt, das ist aus verschiedenen Themenbereichen, haben wir vorhin schon gesehen. Also die kannte sich ja mit Deutschland und Frankreich, der Wirtschaftsstruktur aus, mit Stuttgart, Stuttgart mit anderen Themen. Also das ist wirklich umfassend. Pre-trained heißt, dass es vortrainiert ist. Also wenn Sie ChatGPT sich da anmelden, ist es eine vortrainierte Datenbasis da drin. Und Transformer heißt, dass aus all dem, was da reinkommt, wird eine Antwort generiert. Diese Antwort kann entweder Text sein oder ein Gedicht oder ein Bild. Das kann aber auch genauso gut Programmcode sein. Also wer noch nie programmiert hat in Ihrem Leben, der sagt, ChatGDP, schreibt mir ein Programm, wo ich meinen nächsten Geburtstag die Teilnehmer mit planen kann und welche Speisen ich da anbieten will und schreibt das bitte in der Programmiersprache Java und dann dauert das Ganze vielleicht sechs, sieben, acht Sekunden und dann haben Sie ein komplettes Computerprogramm da, was jetzt noch nicht alle Feinheiten beinhaltet, aber was in der Lage ist, dieses, das abzuwickeln. Jetzt ist aber das Problem meiner Ansicht nach die Datenbasis. Also ich hatte gesagt, ChatGDP 3.5 ist die Version, die ich hier genutzt habe. Es gibt inzwischen die Version 4.0, die eine viel größere Datenbasis nochmal hat, aber es ist letztlich eine Datenbasis, die vorgegeben ist. Sie haben hier 175 Milliarden Parameter, 300 Milliarden Wörter, 570 Gigabyte an Textdaten und so weiter. Daraus kann schon eine ganze Menge passieren, aber es ist eben eine vordefinierte Basis, die man reingibt und es ist halt auch vielleicht eine eingeschränkte Basis, die man reingibt, weil nicht zu jedem Thema vielleicht was da drin vorhanden ist. Das muss man einfach wissen, wenn man mit einer KI arbeitet, dass das nicht allumfassend ist. Und wenn wir nochmal auf unser Beispiel hier mit Pferd, Kuh und Zebra zurückkommen, was passiert, wenn ich jetzt, wenn die nur auf diese drei Tiere trainiert ist und jetzt kommt ein Pegasus. Ja, da würde ich sagen, naja, das könnte so, also eine Kuh ist es zu 0%, Zebra, schwierig, Pferd, vielleicht zu 70%, ja, kommt aber nicht drauf, dass es was ist, was eigentlich aus einer ganz anderen Welt kommt, ja, und das ist meiner Ansicht nach die Grenze auch von diesen künstlichen Intelligenzen, sie schaffen eigentlich nichts völlig Neues, ja, also wir sind ja hier im Robert-Bosch-Saal, hätte die künstliche Intelligenz, Robert Bosch, die Arbeit abgenommen, die Zündkerze zu erfinden und zu entwickeln, ja, ja, sie hätte ihm sehr viel Arbeit abgenommen, sehr vieles beschleunigt, aber die Kernidee, die Umsetzung, wo setze ich das ein, wie kann ich das einsetzen, wie kann ich das vermarkten, das hätte man dem, hätte die KI dem Robert Bosch nicht abgenommen, ja, also das heißt, diesen kreativen Teil, auch diese Intuition und diese Dinge sind in der KI nicht drin, weil sie letztlich auf einer Datenbasis arbeitet und diese Datenbasis besser analysieren und verknüpfen kann, als wir das als Menschen können, vor allem in der Dimension, aber dieser intuitive Teil, dieser kreative Teil, da ist es halt schwierig mit umzugehen. mit umzugehen. Genauso können sie auch jetzt ein Bild von uns hier im Raum machen und JGPT oder einen anderen Tool sagen, mal das bitte mal so, dass das so aussieht, als wenn das Monet oder Van Gogh gemalt hätten oder Picasso, das kriegt die KI super hin, also sie werden erstaunt sein, was da für Bilder dann rauskommen, aber sie würde nichts erfinden, was es nicht irgendwo schon gab, ja, also was kommt nach Picasso und Van Gogh und so weiter, diese völlig neue, kreative Intuition würde sie nicht hinbekommen, sie könnte höchstens die Dinge mischen, aber nicht was völlig Neues entwickeln und das ist im Moment die Einschränkung und das ist vielleicht auch die gute Nachricht für Menschen, dass man sagt, also unsere Denkleistung und unsere Intuition wird auch in Zukunft weiterhin gebraucht, ja, in den Dingen, die sehr simpel und wiederholbar sind, kann uns die KI viel abnehmen und das ist dann natürlich auch teilweise in der Qualität und der Geschwindigkeit viel höher, als wir da selbst hinbekommen können. Wie stark wird jetzt die KI unsere Welt verändern? Wir haben ja hier so Themen von Buchdruck bis Smartphone, was die Welt ja wirklich massiv verändert hat und da kann man ganz einfach sagen, ich glaube, das wird wirklich eine echte Revolution, so wie das Smartphone, so wie das Internet, so wie der Computer und das sehen halt auch wirklich Leute, die sehr tief in dem Thema drin sind. Also Bill Gates, der Gründer von Microsoft, der sich inzwischen da aus der Firma rausgezogen hat, sagt, die Macht der künstlichen Intelligenz ist so unglaublich, dass sie die Gesellschaft auf tiefgehende Weise verändern wird. Die Frage ist, ist Macht hier der richtige Begriff? Ich glaube, auch da können Sie im Laufe des Nachmittags nochmal drüber sprechen. hat die KI Macht über uns oder haben wir Macht über die KI? Wie können wir das beeinflussen? Sehr spannende Frage, glaube ich. Wenn Sie Ray Kurzweil nehmen, Ex-Leiter der technischen Entwicklung bei Google, der sagt, wenn Sie im Jahr 2035 mit einem Menschen sprechen, sprechen Sie mit jemandem, der eine Kombination aus biologischer und nicht biologischer Intelligenz hat. Also das heißt, Sie haben im Prinzip den Datenspeicher von Ihrer KI mit dabei und kombinieren das mit Ihrer Intelligenz. Der Chief AI Scientist bei Facebook sagt, also Jen LeCun, die Intelligenz ist das, was uns menschlich macht und die KI ist eine Erweiterung dieser Qualität. Also das heißt, wir erweitern unsere Fähigkeiten mit der KI. Und Stephen Hawking, der geniale Physiker, der vor ein paar Jahren leider verstorben ist, hat es schon 2017, 2018 gesagt, KI ist wahrscheinlich das Beste oder das Schlimmste, was der Menschheit passieren kann. Und das ist, glaube ich, was wir selbst mit beeinflussen können, sollten und vor allem, was wir auch sauber einschätzen sollten, was uns die KI bringt, wo sie uns dominiert, wo wir sie ergänzen können, wie wir sie einschränken können, sind alles Themen, die noch nicht abschließend geklärt sind und die, ich glaube, auch im Laufe des spannenden Nachmittags und Abends noch nicht abschließend geklärt sein werden, aber wo sie dann Einblicke bekommen. Noch ein Beispiel. Ich habe die KI jetzt, also ChatGPT, einfach gefragt, schreibe einen Text, in dem ich mich für die Einladung, die gute Organisation durch die VHS Stuttgart und das aufmerksame Publikum bedanke und flop, habe ich meine Rede da, ja. Also ich möchte mich für die Einladung zur Veranstaltung bedanken, es war mir eine Ehre und Freude, Teil dieses inspirierenden Events zu sein, ein besonderer Dank gilt der Volkshochschule Stuttgart und so weiter und ganz unten steht noch, dieser Text kann als Vorlage dienen und je nach Bedarf angepasst werden dann. So, das heißt, wenn Sie jetzt demnächst einen Weihnachtspost bekommen, überlegen Sie doch mal, ob das wirklich von demjenigen live geschrieben wurde oder ob der zwei Sekunden bei ChatGPT investiert hat, um einen ganz tollen Weihnachtsbrief, vielleicht noch mit dem Gedicht, da reinzubringen. Insofern bedanke ich mich jetzt, also ganz echt und ehrlich und ohne ChatGPT für die Einladung, für Ihr Kommen, wünsche noch viel Spaß und bei dem weiteren Verlauf und würde dann jetzt an Frau Asimaki, glaube ich, übergeben, ist das richtig? Herzlichen Dank für den Vortrag, noch ein kleines, analoges, geschehen von uns, selber zusammengestellt, werde ich gleich in der S-Bahn Werbung zu Werbung nutzen. Gibt es Fragen an Herrn Fensler? Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Vortrag. Ja. Wir haben uns ganz aufgrund beschrieben, dass die Daten gesammelt werden, dass es da Mitarbeiter gibt, freiberufliche Art, ja, so sagen wir mal, nicht gut definieren, was auch immer. So als Beispiel. Wo werden diese Daten gesammelt? Sind die öffentlich zu? zugänglich? Ist das eine Cloud, wo dann viele Zugriff haben oder ist das eigentlich ein geschlossener Container für den, der die Beauftragung macht? Also, ich hatte Ihnen ja eine Firma hier vorgestellt, einfach völlig frei. Ich hatte ja auch gesagt, Google und andere Firmen machen das ähnlich. Das heißt, in Firmenkontexten wird das halt meistens abgeschlossen gemacht. Also, das ist halt eine geschlossene Einheit. Das Ganze ist allermeistens cloud-basiert, das heißt, die Daten liegen irgendwo im Netz, also entweder geschützt oder offen. Das Problem ist halt, dass Sie die Regeln, nach welcher die KI sich selbst ja trainiert und nachvollziehen kann, nicht unbedingt eindeutig identifizieren können. Also, wenn Sie jetzt die KI sehr einseitig trainieren, wird die KI halt auch diese Einseitigkeit in den Ergebnissen wieder zeigen. Also, das heißt, wenn ich jetzt halt religiöse Texte nehme und bestimmte Religionen ausblende, dann wird die KI auch zu den ausgeblendeten Religionen nichts wissen. Und die Frage ist, wer ist eigentlich jetzt, wer steuert eigentlich, welche Daten da eingegeben werden. Und das sieht in China vielleicht anders aus oder in Nordkorea auch, als das in USA oder in Europa ist. Und deshalb ist halt diese Frage, wie kann man das eigentlich steuern? Und das ist ja das, was die EU-Kommission versucht hat zu regeln, wo sie aber im Moment, zumindest sieht es so aus, als wenn sich der Weg schwieriger gestaltet. Weil diese Verordnung würde ja auch solche Fragen, wie Sie sie hatten, irgendwo klären. Also wo müssen die Daten abgespeichert werden? Wer kann das prüfen? Gibt es da so eine Art TÜV für, der das überprüfen kann? Und so. Und das sind halt die Themen, die meiner Ansicht nach im Moment offen sind. Und dadurch, dass das letztlich an so vielen Stellen der Welt mit so vielen Leuten passiert, ist halt auch die Frage, wie kriege ich da eine globale Steuerung hin? Und wer ist da bereit, da mitzumachen? Also insofern ist es nicht einfach zu beantworten. Und jetzt glaube ich auch, was Sie im Laufe des Nachmittags vielleicht nochmal ansprechen können. Es gibt ja hier auch durchaus kritischere Beiträge jetzt noch im Laufe der nächsten Stunden. Die Frage ist nur, kann ich das aufhalten? Also kann ich diese KI aufhalten? Und das glaube ich nicht. Wir müssen meiner Ansicht nach versuchen, sie zu beeinflussen und eben auch Möglichkeiten finden, wie ich das steuern kann. Und der Gedanke des TÜV ist vielleicht nicht der schlechteste. Okay, vielen Dank. Ich hätte eine Frage zum Thema Regulierung. Da sind Sie ja auch gerade drauf eingegangen. Kommt diese Diskussion nicht ein bisschen spät? Wir hatten vor zehn Jahren das Thema Big Data und letztendlich ist es ja technologisch ein bisschen was anderes, also weniger Magies und dann mehr Algorithmik dahinter, aber eigentlich sammeln ja die ganzen Internetkonzerne schon seit Ewigkeiten Daten, korrelieren die Daten miteinander, kommen zu Schlussfolgerungen, die richtig oder falsch sind. Das ist ja eigentlich nichts Neues, sondern wird jetzt gerade gehypt. Also sind wir nicht deshalb zu spät dran, weil man diese ganze Entwicklung, die ja schon länger läuft, eigentlich verpasst hat? Ja gut, das kann man so sehen. Der Punkt ist, ist, dass eigentlich die Wucht, also ich hatte ja vorhin gezeigt, dass die Leistungsfähigkeit der Informatik massiv hochgegangen ist. Dieses Big Data ist ja letztlich Analysieren von Daten. Hier geht es ja viel weiter, dass ich Dinge miteinander über Synapsen kombinieren kann und zu völlig neuen Schlüssen komme. Die Problematik liegt darin, dass man es glaube ich vor ein paar Jahren noch unterschätzt hat, das Thema Regulierung, dass man jetzt an der Stelle ist, wo man eigentlich eine Regulierung auf Papier gebracht hat, also das ist ja vorformuliert, es aber sich so aussieht, als wenn es nicht praktikabel umsetzbar ist zum jetzigen Zeitpunkt. Zu spät weiß ich nicht. Also die EU-Kommission ist, soweit ich weiß, die einzige Regierungsorganisation, die überhaupt so eine Art jetzt mal angegangen ist. In allen anderen Ländern ist es eigentlich völlig frei, was da passiert oder teilweise sogar durch den Staat gesteuert, wie die KI aussehen soll. Die Frage ist aber, wie kann ich, wenn da Millionen von Menschen über den ganzen Erdball verteilt, diese KI trainieren, wie kann ich das so kanalisieren, dass ich da eine Kontrolle drüber bekomme oder ausschließen kann, dass es missbraucht wird. Und das hat, glaube ich, ganz einfach praktische Schwierigkeiten aktuell. Also, dass man nicht weiß, wie man das auch ahnden soll, wie man es verfolgen soll, wie man es kenntlich machen soll. Und insofern kommt es spät, aber die Diskussion ist jetzt, glaube ich, wichtig, um zu überlegen, wie man das jetzt in den Griff bekommt. Ja, zumindest mal, wir wissen ja alle, es gibt im Moment einen Cyberkrieg auch, also neben den physikalischen Kriegen gibt es auch einen Cyberkrieg. Und da werden wir halt von verschiedenen Bereichen angegriffen, wo auch unsere demokratische Grundordnung natürlich teilweise infrage gestellt wird. Und wollen wir das zulassen oder wollen wir da eine Regulierung einziehen? Das sind halt alles Themen, die jetzt, glaube ich, ich glaube, Frau Weisband kommt heute Abend. Das ist wahrscheinlich die beste Ansprechpartnerin im Laufe des Tages, die Sie da haben können, wie man da hinkommt. Und das ist natürlich in praktischen Anwendungsfällen, wie bei dem Automobilbeispiel, ist das ziemlich einfach, weil da will ich halt im Wesentlichen mehr Werte schaffen. In politischen, religiösen oder anderen Bereichen wird es ganz schwierige ethische und grundsätzliche Fragen geben. Ja, dann noch eine Frage. Ich habe die Frage, ob das mit Gebühren, muss ich mir einen Account irgendwie eröffnen irgendwo oder kann ich einfach ins Internet eingeben? Also diese Version, die ich hier genutzt habe bei ChatGPT, die ist jetzt tatsächlich, also wenn man sie nicht gewerblich nutzt, kostenfrei. Also diese ChatGPT 3.5 ist halt kostenfrei. Wenn Sie auf die neueste Version gehen, sind ja teilweise gebührenfällig und wenn man es halt gewerblich nutzen will, ist das auch nochmal ein anderes Thema. Aber vieles davon ist tatsächlich frei verfügbar. Auch wenn Sie, also ChatGPT geht natürlich sehr stark auf Text. Es gibt auch Tools im Internet, die dann sehr viel mehr auf Grafik, Bilder, Filme und sowas gehen. Da gibt es eben freie Tools, da gibt es gewerbliche Tools. Das ist eine Riesenmischung. Aber diese ChatGPT 3.5 können Sie sich einfach anmelden und nutzen. Ich muss nur eingeben, ChatGPT 3.5. Nein, machen Sie einfach ChatGPT, dann kriegen Sie das freie Angebot und dann, wenn Sie sich registrieren und bezahlen wollen, dann wird Ihnen die teurere Version angeboten. Also das ist auch ganz einfach. Da brauchen Sie auch nicht viel auszufüllen. Das ist innerhalb von ein paar Minuten erledigt, diese Registrierung. Gut, danke. Also für die Weihnachtspost können Sie das schon nutzen dann. Gut, dann war hinten noch eine Frage. Gibt es noch weitere Fragen? Wer war zuerst? Gehe ich mal Ladies first. Danke schön. Das ist schon an. Ja, hallo. Ich hätte eine Frage zu Wikipedia. Wie sehen Sie den Zusammenhang? Wird sich dieses Wikipedia auflösen oder ist es ja eine Weiterentwicklung eigentlich? Wie sehen Sie den Zusammenhang in der Zukunft von Wikipedia? Also die Datenbasis von ChatGPT ist unter anderem Wikipedia. Also das heißt, die Daten von Wikipedia werden bei ChatGPT weiterverarbeitet. Bei Wikipedia kann ich jetzt in meinem Beispiel Frankreich-Deutschland bleiben und kann sagen, was gibt es zu Frankreich und der Wirtschaft, was gibt es zu Deutschland und der Wirtschaft. Und die künstliche Intelligenz verbindet jetzt diese beiden Dinge. vergleicht die und filtert die aus und sagt, was sind die wesentlichen Unterschiede, wo sind die Länder eher gleich. Also insofern ist die KI so ein bisschen so im Automobiljargon der Turbolader für Wikipedia, um diese Dinge miteinander zu verknüpfen. Bisher können Sie bei Wikipedia ja nur nach einzelnen Themen suchen. Und hier können Sie halt wirklich übergreifend das machen. Aber es gibt ja viele Links. Was macht die KI mit widersprüchlichen Informationen? Ja, die Frage war, ich weiß nicht, ob es ganz verstanden wurde, was macht die KI mit widersprüchlichen Informationen? Im Prinzip ist die Grundlage ja, dass man die Stochastik, also die Mathematik, zur Hilfe nimmt und sagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Information, die ich ausgebe, richtig ist. Ich hatte ja vorhin dieses Pegasus-Bild. Ist das jetzt ein Pferd oder ist das kein Pferd? Der würde die KI bewerten und sagen, ja, das ist vielleicht zu 70% ein Pferd oder so. Das heißt, da gibt es dann eine vage Aussage. Also da kann, man kann halt auch bei einer KI häufig sehen, wie ist die Klassifizierung? Ist die KI sich 100% sicher, dass die Information richtig ist? Oder gibt es gewisse Fragezeichen dahinter? So und wenn diese Dinge halt unklar sind, dann gibt es eben mathematisches Mittel. Und damit können Sie dann auch sagen, dass die Antwort wenig hilfreich ist. Weil wenn Sie eine 50%ige Genauigkeit haben, das ist die gleiche Genauigkeit, die Sie beim Münzwurf haben. Also wenn Sie eine Münze hochwerfen, ist 50% Wahrscheinlichkeit, dass die eine oder die andere Seite kommt. Und wenn die KI nicht mindestens in diesen 90 plus Bereich kommt, dann können Sie eigentlich die Qualität der Informationen zumindest mal in Frage stellen. Und das ist halt genau das, was durch weiteres Training dann immer weiter ausgemerzt werden soll. Und das machen halt Leute. Es gibt aber natürlich auch automatisierte Trainingsverfahren, also für Dinge, die schon im Netz verfügbar sind. Also so ein Bild wie jetzt von der Kuh und von einem Pferd, das kann auch automatisiert schon mal gehen. Aber wenn es dann um Feinheiten geht, das wird halt von Menschen gemacht. Was glauben Sie, wann kommt das autonome Auto, wo ich mich dann reinsetze und sage, fahre mich dort und dorthin? Also das autonome Auto, da gab es ja vor zehn Jahren gab es Experten, die gesagt haben, 2025 haben wir das. Inzwischen ist das auf 2035 gerutscht. Inzwischen gibt es auch Experten, die sagen, das wird zunächst für die Autobahn kommen, also für Bereiche, die relativ simpel sind für so eine künstliche Intelligenz, weil ich da klare Fahrspuren habe, keine Ampeln. Ich habe üblicherweise keine Personen, die da rumlaufen und das stören. Für die Altstadt von Florenz oder die Altstadt von Esslingen wird es vielleicht nie so sein, dass die da ist, mit ihren ganz komplexen Dingen, die da passieren können. Ein kleines Kind läuft auf die Straße, ein Ball rollt auf die Straße, ein Ast liegt auf der Straße und so weiter. Das heißt, ich glaube, dass das Jahr 2035 realistisch ist für diese professionellen Nutzungen, zum Beispiel bei Lkw-Flotten auf der Autobahn. Danke. Aber es ist eine Prognose, da gibt es Experten, die sehen das im Jahr 2030, da gibt es andere, die reden von 2040. Aber ich würde es jetzt mal ungefähr in dem Bereich einschätzen. Sie hatten gesagt, dass es nicht immer eindeutig ist, ob die Antworten von KI richtig sind. Wird das in der Antwort irgendwie deutlich gemacht, dass das nur zu 70% wahrscheinlich oder richtig ist, die Information, die ich da bekomme, oder ist das völlig unklar? Also wenn ich jetzt bei ChatGPT einfach eingebe, hier so ein Gedicht zu entwickeln, dann kommt da erst mal das Gedicht raus und diese Wahrscheinlichkeit nicht so. Sie haben aber natürlich, wenn Sie in die Tools tiefer reingehen, und ChatGPT ist ja nur eins von den Tools, haben Sie schon die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit zu sehen. Also das ist halt auch ein Punkt, wie kann ich KI nachvollziehbar machen. Das ist ja eine der großen Kritikpunkte, die häufig an KI gestellt wird, dass man sagt, ja, wir wissen ja gar nicht, da kommt jetzt eine Antwort raus, aber ist die jetzt wirklich sicher oder valide? Und deshalb gibt es diese Wahrscheinlichkeitsberechnung. Es gibt unendlich viele Tools, die frei verfügbar oder auch teilweise nicht verfügbar sind im freien Bereich. Da wird das unterschiedlich gehandhabt. Aber wenn Sie mal im Internet gucken, da können Sie Tools finden, wo Sie diese Qualitätsangabe bei den Antworten finden. Und das ist auch eine Forderung, die häufig jetzt gestellt wird, dass die KI zu der Qualität der Aussage was sagen muss, also dass sie das bewerten muss. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt für die Akzeptanz der KI am Ende des Tages. Gerade wenn es um autonome Fahren geht, also wenn ich mich ins Auto setze, kein Lenkrad mehr da ist und ich mit 120 oder 130 Stundenkilometern gefahren werde, möchte ich schon wissen, ob das einigermaßen gut programmiert ist und ob auch gut trainiert ist. Genau, also ich habe tatsächlich zwei Fragen, Test, Test. Genau, zum einen bezüglich des autonomen Fahrens. Wie kann es denn sein, also wenn man bedenkt, dass ja beispielsweise in Flugzeugen der Autopilot beispielsweise schon, weiß nicht, seit Jahren, Jahrzehnten ja fliegt eigenständig. Woher resultiert das dann quasi, dass es beim Fahren, also bezüglich des Autos, nochmal bis 2035 angesetzt ist? Also gibt es da irgendeine Erklärung, wieso es beim Flugzeug quasi schon machbar ist und beim Auto nicht? Ja, ist relativ einfach. Also Sie haben, wenn Sie sich zum Beispiel den Luftverkehr zwischen Europa und den USA anschauen, gibt es ganz klare Luftstraßen, auf denen geflogen wird mit vorgefertigten Flughöhen und Breitengraden und so weiter und der Landeanflug auf Flughäfen ist in den allermeisten Fällen durch so einen digitalen Strahl, also die landen im Prinzip wie auf so einer digitalen Autobahn die Flugzeuge, ja. Das gilt nicht für kleinere Flughäfen, also einige griechische Inseln zum Beispiel haben das nicht, da muss wirklich noch manuell angeflogen werden, aber wenn Sie hier Stuttgart, Frankfurt, München, Düsseldorf, Berlin anfliegen, fliegen die Flugzeuge tatsächlich auf so einem Leitstrahl runter und das ginge auch theoretisch ohne Pilot heute schon. Der Pilot ist letztlich, die beiden Piloten sind letztlich nur noch aus Sicherheitsgründen dabei oder wenn Winde oder andere Dinge plötzlich das Flugzeug außer Lot bringen, dass sie dann noch eingreifen können. Und das ist eben beim Autofahren nicht der Fall. Deshalb sagte ich ja, dieses autonome Fahren wird erst auf der Autobahn kommen oder in Straßen wie in China, die entstehen Straßen, die fürs autonome Fahren schon gebaut werden, ja, also wo auch Zäune an der Seite sind, wo keiner drauflaufen kann und so. Und deshalb wird es erst da kommen. Und das ist sehr nah an dem, was in der Flugzeugindustrie schon vorherrscht. Okay, ich hätte tatsächlich noch eine zweite Frage bezüglich des Themas Wikipedia. Da war ja vorhin auch die Aussage, ob quasi KI Wikipedia ersetzen würde. Im Grunde genommen basiert ja KI auch auf den Daten von Wikipedia. Das Ding ist aber, dass ja jeder Einzelne frei auch einen Beitrag sozusagen in Wikipedia oder auf Wikipedia erstellen kann. Heißt, ich kann ja jetzt auch nach Hause gehen und auf Wikipedia einen Beitrag verfassen, unabhängig davon, ob dieser richtig ist oder falsch. Heißt, da ist ja auch wieder die Problematik, wenn quasi ChatGPT oder KI sich auf Wikipedia beruht, wer kann garantieren, dass das richtig ist. Also müsste man da nicht im Vorfeld auch Wikipedia erst mal prüfen, ob da die Beiträge überhaupt richtig sind. Also soweit ich weiß, gibt es schon eine Kontrolle bei Wikipedia. Also ich weiß das selbst, weil ich selbst mal Beiträge hätte vor einer Firma, wo ich gearbeitet habe, die bei Wikipedia einen Eintrag haben, wo wir eine Änderung machen wollten, was tatsächlich durch eine Prüfung ging, wo wir auch Nachweise liefern mussten. Es ist aber keine staatliche Stelle, die das prüft. Also das ist letztlich eine Selbstverpflichtung bei Wikipedia. Und insofern haben Sie recht, ist das eine Schwachstelle und das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe, wo sind die Grenzen der KI oder von ChatGPT, das ist die Datenbasis. Also wenn die Datenbasis an irgendeiner Stelle unsauber ist oder einseitig oder bestimmte Dinge ausblendet oder falsche Artikel hat, dann wird auch die KI entsprechend entscheiden. Insofern ist diese, ist das ein Kernthema, wie kriege ich die KI auf eine höhere Qualität, indem ich halt die Datenbasis irgendwo reglementiere, reguliere, durch den TÜV prüfen lasse oder was auch immer. Ja. Müssen wir erwarten, dass jede, also es gibt ja keine mehr freien, die ich sage. Ja. Müssen wir erwarten, dass jede Partei sich im Eingungskalm in diesem Problem beformt hat? Also die Frage war, ob wir befürchten müssen, dass sich jede Partei, also politische Partei nehme ich an, oder auch andere Organisationen, sich eine eigene KI aufbaut und das natürlich dann in einem, in so einer eigenen Glocke macht, wo ich alles andere ausblende, was ich nicht haben will. Diese Befürchtung ist nicht unbegründet. Ja. Und wenn Sie in Social Media heute gehen, gibt es ja gekapselte Kanäle. USA ist ein Beispiel. Da haben Sie das schon fast. Ja. Und die Reden, die geschrieben werden, die lassen sich natürlich mit künstlicher Intelligenz viel besser schreiben, viel schneller und es gibt auch in USA seit Jahren schon Reden von Politikern, die während die Rede gehalten wird, wird auf Social Media geguckt, wie die Reaktionen sind und dann kann ich die Rede, während sie läuft, nochmal verändern und einen Punkt nochmal stärker herausheben oder wieder abschwächen, je nachdem, wie das angekommen ist. Das ist aber Realität schon heute. Also das ist nicht, wo wir uns Gedanken über die Zukunft machen müssen, sondern das ist schon in Obamas zweiten Wahlkampf ist das schon Realität gewesen. Also da gibt es auch Artikel im Internet, wenn Sie das mal recherchieren, da sehen Sie halt, wie weit das reicht und die künstliche Intelligenz würde das Ganze natürlich nochmal beschleunigen jetzt. Also indem Sie, früher waren das teilweise Redenschreiber, jetzt geht das halt fast vollautomatisch und wenn ich die künstliche Intelligenz halt mit den richtigen Informationen füttere, kommt auch genau das raus, was ich da haben will. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus